Musik Hier mitten im Wald, quasi nirgendwo, östliche Ausläufer des Ruhrgebiets in Selm, findet nicht nur das VDI Racing Camp Powered by Neuralem statt, sondern hier geht es auch um die Zukunft des Automobils. Pause. Klingt ein bisschen pathetisch, ist aber unglaublich viel Wahrheit drin. Denn, wir gucken uns das mal an, da stehen Mädels und Jungs, die bauen an ihren eigenen kleinen Rennwagen, die sie komplett selbst entwickelt haben, die sie selbst testen müssen, die all das erfüllen müssen, was auch später viele Autos auf der Straße erfüllen müssen, vor allem auch in der Entwicklung. Und die können sich hier austoben. Die können hier wirklich praktisch schon mal das Leben eines Automobilingenieurs austesten. Und deshalb ist das wichtig für die Zukunft. Und ich nenne jetzt fünf Punkte, wie so das, was die hier tun, eben für die Zukunft des Automobils entscheidend ist. Und ihr wisst schon, das wird gut. Dass die Formula Student oder so ein Racing Camp für die Zukunft wichtig ist, das hat die Vergangenheit schon gezeigt. Denn viele der aktuellen Ingenieure im Autobereich haben mit so einem Wettbewerb hier begonnen. Den gibt es ja schon einige Jahrzehnte. Das Ganze hat damals in den 80er Jahren in den USA begonnen mit der Formula SAE. Dann ist das in immer mehr Länder ausgeweitet worden. Und 2006 gab es es dann auch in Deutschland als Formula Student, damals schon unter der Schirmherrschaft vom VDI. Und das Wichtige dabei ist, nicht nur, dass hier etwas konstruiert wird, sondern dass es auch verglichen wird. Und zwar auf der Basis der Kriterien, die auch später für die Autoentwicklung entscheidend sind. Das heißt, was schaut man sich an? Man schaut sich erstmal die technische Konstruktion an. Man schaut sich die Sicherheit an. Man schaut sich an, wie dynamisch die Rennwagen funktionieren. Wie effizient sie funktionieren. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber Moment, was hat denn ein Rennwagen bitte schön mit der Zukunft des Automobils zu tun? Was in der Formel 1 passiert, ist doch nicht wichtig für die Zukunft des Automobils. Doch es ist wichtig, weil man hier an die Grenzen des Autobaus herankommt. An die Grenzen der Fahrphysik. Und da kann man sich austoben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man kann sich vergleichen. Das, was später in der Automobilindustrie ganz weit oben steht, nämlich der Vergleich mit anderen Marken, mit anderen Konstruktionen, bessere Konzepte zu haben, das kann hier im Kleinen ausprobiert werden. Und so toben sich hier 20 Teams an ihren kleinen Rennwagen aus. Zum Teil elektrisch, zum Teil Verbrenner. Das schauen wir uns aber nochmal im Detail an. Für mich ist einfach wichtig, aus diesem Racing Camp, aus dieser Formula Student, sind schon viele aktuelle Autoingenieure daraus entstanden. Und wir werden auch in Zukunft von denen, die hier jetzt gerade am Arbeiten sind, noch viele in der Automobilindustrie sehen. So, und hier sind wir jetzt quasi live mittendrin in der Abnahme. Also, da geht es in diesem Bereich hier vor allem um die Hochwalttechnik. Alles, was Hochwalttechnik betrifft, findet hier draußen statt. Da hinten sieht man auch nochmal einen Teil des Akkus. Da wird jetzt im Fragenkatalog überprüft, ob das Auto bestimmte Standards erfüllt, ob man das beachtet hat, ob man das beachtet hat. Das Ganze wird sich auch nochmal angeguckt, aber wir können uns auch mal einen ersten Blick auf den Rennwagen nehmen. Das ist schon, das ist keine Seifenkiste mit ein bisschen Motor, sondern das ist alles schon ziemlich ernsthafte Ingenieurkunst, wenn man hier drauf guckt. Schauen wir uns zum Beispiel mal hier die Hinterachse an, dann fällt schon mal eines auf. Hier gibt es keine Antriebsachse, wieso nicht? Radnabenmotoren. Hier ist ein Motor, da drüben ist auch ein Motor. Hier sieht man das orangene Kabel für die Hochwaltverbindung. Da vorne habe ich meine Scheibenbremse. Wenn ich mir nur diesen Teil hier mal anschaue, die Mini-Aufhängung hier, wo der Motor auch noch drinsteckt, wo die Bremse dranhängt, dann ist das so filigran und fein gearbeitet und auch im Detail so ausgearbeitet, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Details hier im Computer entstanden sind. Und zwar unter der Prämisse, dass man etwas besonders Steifes, aber auch Leichtes bauen will mit wenig Materialeinsatz. So sieht es hier zumindest aus. Sehr viel Carbon-Teile. Ja klar, das musst du heutzutage machen. Du willst ja auch leichte Konstruktionen haben. Aber was mir jetzt auf den ersten Blick einfällt, und ich bin auch zum ersten Mal beim VDI Racing Camp dabei, dass das Ganze hier schon ziemlich ernsthaft aussieht. Also das ist nicht so ein bisschen la la, wir fahren mal rennerless gegeneinander, sondern die ganzen Teams hier, die nehmen das extrem ernst. Die wollen hier gewinnen. Da gibt es auch Weltranglisten, wer das am besten macht oder nicht. Und diese ganze Überprüfung, auch der Sicherheitscheck von Autos, der ist so wichtig, weil er auch später im Automobilbau so wichtig ist. Bevor ein Auto auf die Straße darf, muss es unglaublich viele Prüfungen, unglaublich viele Kriterien erfüllen. Wenn ihr allein wüsstet, was nur erfüllt sein muss, damit ein Licht zugelassen wird, dann wüsstet ihr, wie kompliziert es ist, überhaupt ein ganzes Auto auf die Straße zu kriegen. Und da kann man sich eben schon, im Anführungsstrichen kleinen, bei den Rennwagen erproben. Bei der Formula Student geht es um moderne Fahrzeugtechnik. Das hier sind keine Spielzeugautos. Und es gibt drei Kategorien, in denen angetreten wird, wobei eigentlich sind es zwei plus eine Kategorie. Es gibt eine Formula Student Electric. Hier haben wir so einen Elektro-Renner stehen. Es gibt eine Formula Student Combustion, also mit Verbrennungsmotor, steht hier einer. Und es gibt auch noch eine Formula Student Driverless, wobei die nicht mehr getrennt ist. Früher war die getrennt. Heutzutage ist die entweder in der Kategorie Elektro oder aber in der Kategorie Verbrenner mit drin. Und wenn ich jetzt schon sage, Kategorie Elektro und Verbrenner, da muss man mal eines sagen, Elektro ist in Deutschland das, was in Zukunft bei der Formula Student nur noch eingesetzt wird. Man hat sich in Deutschland dafür entschieden, dass der Verbrennungsmotor zum allerletzten Mal antritt. In Zukunft gibt es den nicht mehr. Das ist also die letzte Saison, wo er noch läuft. Das ist in anderen Ländern nicht so. Die Schweiz macht es auch noch so. Die haben auch nur Elektro, aber es sind in anderen Ländern nicht so. Ob es jetzt Belgien, Niederlande oder Österreich und Co. ist, die treten alle auch in Zukunft noch mit Verbrennungsmotor an. In Amerika ist die Kategorie Verbrennungsmotor noch viel, viel wichtiger als die Kategorie Elektro. Das ist schon mal eine wichtige Grundsatzentscheidung. Der nächste Punkt ist, sich einfach mal die Technik anzuschauen. Und das machen wir mal bei diesem Verbrenner hier. Und da fällt erst mal eine Sache auf. Und ich habe auch erst gedacht, das wäre überall so. Der hat einen Carbonfaser Monocoque. Cool, aufwendig, teuer, brauchst einen Autoklaven. Also da brauchst du auch Leute, die das bezahlen. Deswegen sind ja auch ein Haufen Sponsoren drauf, damit das überhaupt bezahlt werden kann. Und dann habe ich so ganz naiv gesagt, na ist ja cool, dass wir ausschließlich darauf setzen. Dann sagen die, nee, das ist nicht immer so. Carbonfaser Monocoque kann man sich nur dann leisten, wenn man eben die technischen Möglichkeiten hat. Autoklaven, also wo das Ganze gebacken wird unter höheren Temperaturen. Es gibt aber auch noch Teams, die mit einem klassischen Gitterrohrrahmen antreten. Und das muss nicht schlechter sein. Und das ist auch wieder ein interessanter Transfer zum richtigen Autobau, wo man eine Zeit lang gedacht hat, Carbonfasserschassis wären das Allheilmittel. Und inzwischen sieht man, dass Mischbauweise in vielen Fällen genauso gut ist oder sogar noch besser und vor allem günstiger. Trotzdem sieht es natürlich cool aus. Ist auch schön leicht, ist natürlich wahnsinnig aufwendig hier aufgebaut mit den ganzen Luftleitblechen und Kurbel. Wir gehen einfach mal nach hinten und schauen uns hier das Herz des Verbrennungsformel Student an. Und zwar den Verbrennungsmotor. Verbrennungsmotor. Und jetzt ein ganz interessanter Fact. Bei den echten Autos, falsch, bei den Serienautos, die wir draußen so fahren, ist der elektrische Antriebsstrang, abgesehen vom Akku, der ist teuer. Aber der elektrische Antriebsstrang günstiger und einfacher zu entwickeln als bei den Verbrennungswagen. Weil den Verbrennungsmotor von der Pike auf neu zu entwickeln, ist unglaublich teuer. Das ist Wahnsinn, was da in Maschinen, in Entwicklung reingesteckt werden muss. Nur hier in der Form der Student entwickeln die den Verbrennungsmotor ja nicht von der Pike auf, sondern die haben hier einen Suzuki, Vierzylinder, Viertaktmotor aus dem Motorrad und der wird eingesetzt. Und dann gibt es halt verschiedenste Stufen, wie du den einsetzt. Du kannst entweder den Motor so nehmen, wie er ist, da reinsetzen mit dem Getriebe und kannst den laufen lassen. Das ist die einfachste Variante. Oder aber du steckst Arbeit rein. Du arbeitest daran. Am Ansaugtrakt, an der Nockenwelle, an der Steuerung und am Getriebe. Das ist natürlich auch für die Studenten eine Herausforderung, dass sie da noch so ein bisschen Eigenarbeit reinsetzen. Es gab auch schon Jahre, wo quasi ein neuer Motor entwickelt worden ist. AMG war mal ein Sponsor und die haben da wirklich mit einem neuen Motor eingesetzt. Und hier in diesem Fall ist übrigens ein Suzuki Motorradmotor. Hier drin Saugmotor. Es gibt aber auch Turbokonzepte. Das ist aber dann ein Einzylinder, wobei man theoretisch auch mit einem Vierzylinder arbeiten könnte. Aber die üblichen Turbomotoren hier arbeiten mit einem Einzylinder. Der Motor hier zum Beispiel, für den haben die Studenten eine variable Saugröhrlänge entwickelt. Zwei verschiedene Saugröhrlängen, um zum einen im unteren Drehzahlbereich durch die optimierte Saugröhrlänge noch mehr Drehmoment zu schaffen. Aber auf der anderen Seite im hohen Drehzahlbereich, wie der Student sagte, fand ich eine sehr schöne Formulierung, die Leistung noch zu retten. Und da sieht man schon, dass man je nachdem, wie viel Geld, wie viel Budget man hat und mit welchem Endpower man da rangeht, unterschiedliche Entwicklungen vorantreiben kann. Wir haben es ja auch mit einem Sechsganggetriebe zu tun, wobei hier, das habe ich mir von den Jungs sagen lassen, in den meisten Fällen einfach ein paar Gänge rausfliegen. Also die höheren Gänge fliegen raus, fünfter, sechster Gang. Manchmal wird auch der erste Gang rausgeschmissen und dann wird mit dem zweiten Gang als Anfahrgang gearbeitet. Das hat dann wieder Vorteile, gerade wenn beschleunigt wird, wenn von einem auf den anderen Gang übernommen werden muss, dass man da nicht in den Leerlauf hineinrutscht. Also gibt es viele Punkte, wir wollen uns aber auch nicht zu sehr im Detail verlieren. Und dann gibt es hier noch einfach ein paar schöne Details. Nicht nur hier den Motorradauspuff, der eine oder andere kennt die Marke, die draufsteht, sondern hier, wir gucken uns mal die Pushrod-Federdämpfer-Kombi an. Also fast horizontal liegend und man denkt sich, naja, ich habe ein linkes und ein rechtes Rad, also ist eine Federdämpfer-Einheit für das linke Rad und die andere für das rechte Rad zuständig. Und jetzt kommt es. Nee, die eine Federdämpfer-Einheit ist für beide Räder zuständig, aber sie kümmert sich ausschließlich um den Hub. Die andere Federdämpfer-Einheit ist auch für beide Räder zuständig, aber sie kümmert sich ausschließlich um die Wankkontrolle. Und das ist ein konstruktiv, ein ganz besonderes Merkmal, was es auch wieder einfacher macht, das Ganze abzustimmen. Weil ich muss dann nicht an jedes einzelne Rad gehen und das abstimmen, sondern ich kann Wanken oder Hub über eine Federdämpfer-Einheit einstellen. Ist natürlich konstruktiv, ein bisschen spannender zu lösen, da musst du mit solchen Käfigen hier arbeiten, dass du wirklich beide Räder ansprichst. Fand ich aber schon mal sehr süß. Dann gucken wir uns mal hier hinten diese Bierdosen an. Und jetzt fragt man sich echt, was ist denn da los? Das sind jetzt wirklich Studenten, oder? Da hauen sie da Bierdosen hinten rein, finden sie lustig, als wären sie beim Spring Break und hätten die gerade leer gesoffen und hinten reingepackt. Nee, das hat einen konstruktiven Grund, ich finde es zu geil. Okay, das sind quasi Ölreservoire, Ölauffangbehälter, damit überschüssiges Öl nicht auf die Straße läuft, was auch aus Umweltschutzgründen nicht gut wäre, werden die hier drin aufgefangen. Und die Studenten haben sich überlegt, was sind denn Auffangbehälter, Volumenbehälter, wo eben an Liter oder an Milliliter richtig was reinpasst, die aber trotzdem extrem leicht und dünnwandig sind. Und da war die beste Lösung, Bierdosen zu nehmen. Finde ich total pragmatisch, werden wir in einem Serienauto nicht sehen, aber ich finde es richtig cool, dass sie sowas machen. So, wir können jetzt nochmal einen Blick über den Motor hier werfen, können uns auch nochmal hier den Lüfterbereich ansehen. Ich finde das richtig cool, macht richtig Spaß, sich das Ganze anzuschauen. Wir haben es beim Verbrenner mit dem Hinterradantrieb zu tun. Das ist jetzt kein Allradantrieb, weil dann müsstest du das Ganze wieder mechanisch übertragen mit Kardanwelle und Co. Macht es komplizierter, da reicht ein Hinterradantrieb und der Verbrenner, so wie er da steht, hat ungefähr 80 PS. Du könntest noch mehr Leistung rausholen, nur dann geht das auf die Effizienz. Das ist ja immer der Trade-off beim Verbrenner. Hol ich mehr Leistung raus, ist mein Kennfeld nicht mehr optimal für niedrigen Verbrauch. Und Verbraucher der Effizienz spielt eben bei diesem Formula Student Wettbewerb, wo in Punkten abgerechnet wird, auch eine große Rolle. Und deswegen musst du beides unter Kontrolle haben. Nur, du musst sowohl schnell sein, wie auch effizient. Nur effizient oder nur schnell reicht nicht, um hier viel Punkte zu holen. Und jetzt kommen wir zum Elektroauto. Und da können wir erstmal mit dem Gewicht anfangen. Ist das hier in der Formula Student genauso wie bei den echten Autos, dass die Elektroautos mehr wiegen als die Verbrenner? Ja, ist so. Bei den Verbrennern kommen die zum Teil unter 140 Kilogramm pro Auto. Also es ist schon gut, wenn sie unter 200 Kilogramm sind, aber da muss es Teams geben, die unter 140 Kilogramm pro Auto kommen. Und dann gucken sich die Studenten selbst schon an und sagen, wie die das gemacht haben, wissen wir auch nicht genau. Weil du kannst ja nicht einfach nur Gewicht sparen. Das Ganze muss ja auch noch funktionieren, muss auch noch Steifigkeit bieten. Beim Elektro musst du ein paar Kilo draufpacken. 20, 30 Kilo mehr, weil das Ganze aufwendiger ist, weil der Akku eben das schwerste Einzelbauteil ist. Der hat hier, soweit ich das gehört habe, 7 Kilowattstunden und den musst du eben an Gewicht verkraften. Und wir haben es hier eben nicht mit einem zentralen großen Heckmotor zu tun, wie beim Verbrenner, sondern das sind vier, eins, zwei, drei, vier Radnamenmotoren. Nur so ganz nebenbei, Radnamenmotoren sind normalerweise nicht optimal von wegen ungefederte Massen, aber um Komfort geht es bei der Formula Student nicht. Das ist ein großer Unterschied, den es dann doch noch zur Serie gibt. Dafür kannst du andere Schweinereien machen mit den vier Radnamenmotoren. Das sind sogenannte PSM-Motoren, also Permanent-Magnet-Synchronenmotoren. Besonders effiziente Motoren, wie du sie in den meisten Elektroautos heute siehst. Diese Motoren können für sich, so wie sie hier jetzt in dem Auto eingesetzt sind, 35 Kilowatt. Jeder Motor hier kann 35 Kilowatt. 4 x 35 Kilowatt sind 140 Kilowatt an Leistung, die theoretisch möglich sind. Die dürfen aber nicht genutzt werden, sondern das ist eingeschränkt. Maximal 80 Kilowatt an Gesamtleistung. Übrigens auch der Verbrenner ist eingeschränkt. Da gibt es vorne einen Air Restrictor, der die Luftzufuhr regelt. Auch da wird die Leistung dann kontrolliert. Und trotzdem kann ich hier die maximale Leistung an einem Motor abrufen. Jetzt fragt man sich, wieso das denn? Das geht doch gar nicht. Der darf doch nur 80 Kilowatt von 140 Kilowatt abrufen. Ja, der darf die Leistung aber, oder die Kraft auch frei verteilen. Über ein sogenanntes Torque-Vectoring, also Drehmoment-Verteilung. Ich kann theoretisch dem einen Motor hier, weil er könnte 80 Kilowatt geben und den anderen Motoren 0 Kilowatt. Geht natürlich nicht. Aber ich könnte jetzt den beiden hinteren Motoren 35 und 35 Kilowatt geben und den hier 5 und 5 Kilowatt, wenn ich das für die Traktion brauche. Und das ist noch erlaubt. Und diese Kraft kann ich frei verschieben. Macht es natürlich auch komplizierter. In der Steuerung macht es wieder teurer. Aber es macht es natürlich auch spannend für den Entwickler. Und wie gesagt, in Deutschland wird es in Zukunft in der Form der Student nur noch rein elektrische geben. Und jetzt noch ein ganz interessanter Fakt. Und wenn ich so eine starke elektrische Leistung an den Motoren habe, dann kann ich damit natürlich auch mächtig rekuperieren. Und in diesem Fall ist die Rekuperationsleistung so groß, dass es locker möglich wäre, die Räder zum Blockieren zu bringen. Und das ist schon mal ganz entscheidend, weil drüber hinaus brauchst du ja eigentlich mehr nicht. Ein Rad, das blockiert, ist Maximum gestoppt. Und trotzdem brauchst du hier noch eine mechanische Rückfallebene. Das heißt, ich habe hier an der Vorderachse wie auch an der Hinterachse noch eine Scheibenbremse. Ganz wichtig, dass das noch vorhanden ist. Da ist die Form der Student auch ein bisschen von den Serienautos unterschieden. Weil bei den Serienautos habe ich bis zu einer Verzögerung von 0,2, 0,3 G, manchmal im Extremfall 0,5 G, eine rekuperative, also elektrische Verzögerung. Und dann geht man in einem sogenannten Blending, also Überblenden, in den mechanischen Bereich rüber. Oder wenn ich eine Notbremsung mache, sofort mechanisch. Das ist bei der Formel der Studenten etwas anders geregelt. Aber wie gesagt, es geht hier auch nicht um Komfort oder Ähnliches, sondern da geht es um andere Performance-Werte. Ich bin total faszinierend, mit welcher Hingabe, mit welcher Liebe hier die jungen Ingenieure drangehen, was die hier für Detaillösungen finden. Und wenn ich mir das anschaue, wie die hier zum Teil rangehen und mit welchem Fachwissen die rangehen, dann mache ich mir um die Zukunft des Automobils nicht so viele Gedanken. Und wenn es um die Zukunft des Automobils geht, dann schauen wir uns jetzt mal die Driverless-Variante an. Da gibt es nämlich zwei Autos, die das hier verwenden. Und was da nochmal zusätzlich an Sensoren, Kameras und Co. drin ist. Woran erkennt man jetzt, dass der Driverless ist, weil kein Fahrrad drin sitzt? Naja gut, das ist bei den anderen auch so, wenn sie einfach nur rumstehen. Ne, da gibt es vor allem, ganz wichtig, Sensoren. Das Umfeld muss erkannt werden. Das muss gesehen werden. Hier oben sind zwei Stereo-Kameras. Wo haben wir noch eine Stereo-Kamera? Mercedes zum Beispiel setzt oben Stereo-Kameras ein. Und hier unten ist auch noch ein LIDAR-System. Und jetzt habe ich ganz blöd, als ich vorhin das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja Mensch, das ist ja bescheuert, wenn da der Fahrrad drin sitzt. Dann sieht das LIDAR-System ja gar nichts. Ne, bei den Prüfungen sitzt da kein Fahrrad drin. Das ist wirklich Driverless. Und ein Schelm, wer sich was dabei denkt, das ist die FSD-Version, Formulier Student Driverless, klingt ein bisschen so wie Full Self-Driving bei Tesla, FSD. Wie auch immer, dieses Wegelchen hier ist nicht in der eigenen Klasse, sondern das muss sich in der Elektro-Klasse beweisen. Übrigens hier mit reinem Hinterradantrieb. Und muss alle Prüfungen, aber auch Travelers fahren können. Das heißt, da geht es ums Beschleunigen, da geht es ums Bremsen, da geht es um eine 8 zu fahren, da geht es aber auch um eine Autocross-Variante, wo sich also der Rennwagen sehr schnell auf einer neuen Strecke zurechtfinden muss, die Ideallinie finden muss und dort so schnell wie möglich fahren soll. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt inzwischen sogar schon Driverless-Varianten, die es schaffen, bei den Querbeschleunigungen noch mehr rauszuholen als der menschliche Fahrrad. Das kommt natürlich auch immer auf dem Fahrrad drauf an, aber in diesem Fall soll das noch nicht so sein, aber das ist auch nochmal eine Herausforderung für die Jungs. Was ich übrigens ganz süß finde, ist hier vorne das Frontdesign. Das finde ich sehr süß. Das haben sie sich extra so ausgesucht, das sieht so ein bisschen aus wie beim Beluga-Wahl. Und das Erste, was ich natürlich gesagt habe, alter Aerodynamic-Freak, na, ob das so optimal ist vom CW-Wert. Und da haben die Jungs ganz trocken gesagt, das ist bei unseren Geschwindigkeiten egal. Und natürlich habe ich noch was vergessen. Habe ich extra vorher hingelegt, damit ich drüber rede. Ich lasse es liegen und habe nicht drüber geredet. Das ist ein ganz wichtiges Element. Das ist ein Data-Logger. Nicht nur, dass da ein Schand drin ist, also man sieht hier an den zwei großen Stromanschlüssen, da geht der Strom drüber, da kann genau gemessen werden, was da eben an Volt und Ampere in dem Auto anliegt. Sondern das Ganze ist dann auch im Kernbus angeschlossen. Also das ganze Auto wird überwacht. Man kann das später auslesen und man kann vor allem eine Sache sich angucken. Und wo ist der Kerl mit der Fernbedienung? Geben wir mal die Fernbedienung her. Dass da keiner auf der Tribüne sitzt und das Auto fernbedient. Ich als alter RC-Freak, ich würde das ja schon gerne machen, ist übrigens keine Fernbedienung, wie das kann. Nur als Symbolbild, ganz nett. Das wiederum würde mir aber der Data-Logger später sagen. Sondern das Auto muss wirklich voll selbst fahren. Driverless. Ja, das ist kein Spürkis, was die hier machen, auch wenn das verdammt viel Spaß macht, die Autos zu fahren. Sondern da wird fahrradynamisch einiges ausprobiert. Es wird eine Beschleunigung gefahren, über 75 Meter. Es wird auf dem Skidbed gefahren, also eine 8. Und da gehen Querbeschleunigungen bis zu 2G. Das ist schon ziemlich mächtig. Also wenn du mit einem normalen Straßenauto in den Bereich über 1,2, 1,3G kommst, dann brauchst du schon mal spezielle Sportreifen. Und dann weißt du schon, was da für Querbeschleunigungen aufgebaut werden. Und dann geht es sogar noch auf den Autocross-Kurs. Wenn ich mich in den Zahlen nicht komplett irre, sind es, glaube ich, insgesamt 22 Kilometer, die da gefahren werden müssen. Und da gibt es halt Punkte. Und der am Schluss die meisten Punkte hat für die Dynamik. Der hat einen guten Ausgangspunkt, um am Schluss weit vorne zu liegen. Aber er muss ja dann auch bei der Effizienz und bei anderen Punkten auch gut funktionieren. Also das ist ein riesiges Portfolio an Prüfungen und Punkten zu vergeben. Man kann viel holen, man kann aber auch sehr, sehr viel verlieren. Ich finde das cool, weil so ein Wettbewerb macht einfach Spaß. Und das ist was ganz anderes, als einfach trocken zu studieren, sondern sich hier im Wettkampf auszuprobieren. Da ist ja das Original-Motorradgetriebe noch drin, also ein sequentielles Getriebe. Und da ist das Problem, dass das manchmal aus neutral nicht rauskommt. Und dann geht der Anfahrgang nicht rein. Und wie man sieht, das Anfahren ist... Das Anfahren kann mal ein bisschen dauern, aber wenn, dann geht es ziemlich eindrucksvoll los. Sehr cool. Jetzt fährt er die Reifen wahrscheinlich noch ein bisschen warm. Schön. Ah, was ein biestiges, was ein biestiges Monstergum-Krad, oder? So, und... So, und das ist das Entscheidende. Es geht hier weniger um den Bremsweg. Es geht einfach darum, dass er es schafft, alle vier Räder komplett blockieren zu lassen. Das ist ja kein ABS, also kein Anti-Blockier-System drin. Das hat er jetzt wunderbar geschafft. Hat schön Gummi auf der Straße gelassen. Nicht zu hohe Geschwindigkeit, damit es keine Bremsplatten gibt. Super. Also solche Tests müssen wir machen, in vielfältiger Art und Weise. Ja, und im Grunde genommen ist das echt nichts anderes als... ...wie im normalen Rennsport oder wie im normalen Automobilbau. Auto muss funktionieren. Unter allen Bedingungen. Und ich finde das klasse, wie sich die Jungs da austoben können. Wie sie da dazulernen, wie sie in der Praxis das nochmal besser machen. Und wie sie dann Spaß haben, wenn sie am Schluss ihre Selbstentwickler-Kiste fahren. Achtung, und nochmal. Zack, wunderbar. Alle vier Räder blockieren. Genauso muss es sein. Vorne ist ein bisschen abgedaucht. Sehr schön. So, so viel zum Testen. Jetzt zum Fahren. Jetzt ist das geil. Sorry, jetzt habe ich vor lauter Fahrerei das Moderieren komplett vergessen. Das macht total Spaß. Das ist doch nicht sehr europäisch, aber wenn er dann abgeht, ist es wow. Das ist so direkt. Du hast auch kaum Platz zum Lenken, aber es macht echt Laune. Es ist wirklich hier. Und dann gehst du hier rein. Und da hinten. Hackt da hinten so ein bisschen raus. Hey, das ist der absolute Wahnsinn. Aber es ist... Es knallt natürlich wie Sau. Sequentielles Getriebe. Und jetzt aber runterbremsen. Jo. Hahaha. Geil. Also Verbrennerfahren war schon geil. Ist ja natürlich hoch emotional. Der Vierzylinder-Suzuki-Motor da hinten aus dem Motorrad, der macht schon ordentlich Getöse. Das klingt richtig gut. Sequenzielles Getriebe. Da ist noch Bewegung drin. Da ist noch richtig was zu tun. Das ist auch anspruchsvoll. Beim Losfahren. Ja, es sind viele Emotionen. Und so banal und pauschal das klingt, der Verbrenner trumpft da immer mit seinen Emotionen auf. Wenn er auch nicht der Schnellste ist. Und das werden wir gleich beim Fahren der Elektrovariante noch sehen. Oh, da ist er. Jaha, das geht aber gut ab. Oh. Ich glaube, ich habe eine Gruppe getötet. Ja, es ist einfacher zu fahren. Es ist definitiv einfacher zu fahren. Schöne Querbeschleuniger baut da schön auf. Fährt sich sehr rund, sehr sauber. Aber ich muss sagen, es ist natürlich von der Challenge her da nicht so herausfordernd wie der Verbrenner. Ja, die Querbeschleunigung, die er aufbaut, ist schon krass. Wenn er denn mal in Schwung kommt, dann fährt er sehr rund, sehr sauber. Fahrwerk ist toll. Schwumaanahme ist großartig. Und das war ja jetzt noch nicht mit voller Leistung. Der war ja gerade auf 40 Kilowatt sogar noch begrenzt. Da könnte theoretisch 80 Kilowatt, so wie er hier steht, nach dem Reglement. Aber bei den Temperaturen und bei dem, was gerade war, hat man es halt ein bisschen zurückgenommen. Es ist schwer zu entscheiden. Man muss, wie so oft im Leben, beides haben, damit man den einen wie den anderen Spaß hat. Für alle, die jetzt immer noch glauben, das wäre bloß Spielzeug, habe ich noch einen fünften und ganz wichtigen Punkt. Das, was hier gemacht wird, das sind schon super Lative. Es gibt einen Weltrekord von 0 auf 100 kmh. Und der wird von einem Formula Student Team gehalten, von einem deutschen Team. Uni Stuttgart Green Team in 1,46 Sekunden. Und das ist der helle Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, ich habe einen Tesla Model S Plaid mit 2,4 Sekunden auf der Straße gemessen. Wirklich von 0 auf 100. Den Rimac haben wir gemessen auch in 2,4 Sekunden. Und das Auto ist fast noch mal eine Sekunde schneller. Das ist schon wirklich eine Dimension. Und der ganze Wettbewerb hier, der findet auch weltweit statt. Da gibt es sogar eine Weltreinliste, führt übrigens auch ein deutsches Team. Und das, das muss ich als deutscher Ingenieur auch einfach noch mal hinten raushauen. Und für alle, die immer am Rumjammern sind und am Rummeckern sind, dass in Deutschland das Ganze ja nicht mehr so richtig in Schwung kommt. Und ingenieurmäßig sind wir ja nicht mehr vorne. Doch, in dem Bereich sind wir vorne und in anderen sind wir auch immer noch vorne.